Okay, ich komme anscheinend zu gut hoch, wow, sie chippt in zum Birdie, alles klar. So, willkommen zu euch zu Margot. Ich habe euch gesagt, ich skippe euch das Turnier, aber nee. Wieso, es gibt noch so viele Turniere, die wir machen werden. Ich kann euch das hier auch gleich mitzeigen. Ich werde nicht nur die ganzen Flugphasen etwas skippen, indem ich jedes Mal auf, ja, beschleunige und drücke. Dass das Ganze hier ein bisschen schneller geht, aber... Warum solltet ihr etwas vorenthalten? Vielleicht passieren hier ein paar exzellente Schläge und so. Man weiß ja nie, was alles so passieren kann. Ja, ja, Gott sei Dank, es ist ihnen was gegangen. Sie kommt auch Gott sei Dank am Baum vorbei. Auch wenn der Schlag wieder, wie üblich, fail war von ihr. So. Aber das Paar haben wir safe. Ja, jetzt komme ich hoch. Okay. Ich komme anscheinend zu gut hoch. Wow. Sie chippt in zum Birdie. Alles klar. Sie steigt, dass nur zwei Level laufen wird zum Superstar hier. Nice Shot hier. Ach, ich lande im Rough. Das hätte ich natürlich gerne vermieden. Das sollte reichen, um über den Bunker zu kommen. Ja. Perfekt. Mal sehen, macht sie das Birdie? Ja. Ja. Sie macht es. Sehr schön. Das ist natürlich perfekt. Nice Shot. Sie kommt aufs Grün. Ist das funktionieren? Wow. Also wenn sie da jetzt gleich reingeputtet hätte, das hätte ich auch ganz nice gefunden. So einfach mal schon easy aus 120 Meter raus das war. Oder halt Fuß in dem Fall. Also Yards in dem Fall. Wir haben hier Yards und Fuß als Einheit. Ja. Das ist perfekt. Darf ich den Baum? Nee, Gott sei Dank. Ich komme sehr gut aufs Grün. Die Chance zum Birdie besteht. Und sie trifft. Sehr schön. Jetzt sind sie jetzt bei minus 4. Also wir sehen, es geht hier gleich um einiges besser, wenn sie in zwei Level. aufgestiegen ist. Ah. Das habe ich hinten nicht gedacht. Das war ein bisschen belastend. Natürlich verschlägt sie immer noch einige Bälle, aber sie trifft jetzt auch um einiges mehr als vorher. Den macht sie natürlich wieder rein zum Birdie. Easy minus 5. Wo wir vorher gekämpft haben, ob wir überhaupt ins Positive kommen. Ach komm, das ist jetzt. Okay. Sehr schön. Halt mal wieder ein Pass. Ist auch kein Problem. So kann ich nicht immer mit Birdie funktionieren. Ah, jetzt sehen wir. Das Speedie haben wir das Turnier schnell hinter uns. Weil ich ein bisschen mit Super Tops bin. Ich bin ein bisschen zu schnell dran gewesen. Macht sie auch das Birdie. Ja, sehr schön. Minus 6. In Loch 10. Das geht ja ganz schön voran. Da bauen wir keinen Powerschlag. Sonst danken wir wahrscheinlich da unten im Bunker. Oh, der Baum ist belastend. Sie kommt da vorbei, muss aber im Bunker ausweichen. Das nehme ich ihr jetzt mal nicht übel. Ja, schade. Dann haben wir halt hier nur ein paar. Perfekt, nice shot. Sehr schön. Kein Baum, der im Weg steht. Ist immer gut. Das sollte auch kein Problem darstellen. Okay, okay. Ich habe ein bisschen übertrieben mit dem Tops bin. Dann muss ich den Ball halt rein machen. Hall 12. Ja, guck mal, ob du da hoch bist. Kommst. Ist das jetzt ein Erd. Sie schießt es out. Ich müsste jetzt ein Hole in One schießen, um theoretisch ein paar zu machen. Nice. Ja, wir machen jetzt erstmal ein Double Boogie. Nice. Einmal, weil sie am Anfang ins Out schießt. Also, das war natürlich sehr gut. Okay. Komm ich hier über den Bunker? Nein, komm ich nicht. Komm, zieh halbwegs raus. Jaaa, so halbwegs. So fast nur zwei Fuß vom Loch entfernt. Bitte triff jetzt diesmal einfach das Feld. Das wäre sehr nett von dir. Danke sehr. Naja. Ich nähere mich dem Loch. Sie trifft es nicht, aber der ist jetzt drin. Da kann ich auch der Regen nicht aufhalten. H4. Sind schon wieder in Loch 15. Äh. Ich muss darüber spielen. Wow. Wow war das eng. Ich habe gar nicht gesehen, dass der rote Balken nur so niedrig war. Gott sei Dank habe ich den getroffen. Bitte. Ah. Sehr schön. Nice Park. Das war jetzt auf jeden Fall knapp. Ähm. Das machen wir so. Geht über beide Bäume drüber. Das ist sehr schön. Macht's hier das Birdie? Ja. Sehr schön. Damit sind wir bei einem Minus 5. Oh. Ich komme da übers Wasser drüber. Sehr schön. Und den machen wir dann rein. Das sollte kein Problem sein. Ja. Und wieder die letzte Loch 18. Sie verwenden den Power. Das ist sehr schön. Natürlich auch. Muss ja sein. Der Bunker hätte jetzt nicht sein müssen. Wollte ich nur einmal so anmerken. Sehr schön. Du hast das. Über die. Minus 6. Da ist ja. Wenig Erfahrungspunkte. Das ist das selbe zu mir. Auch mal. Die ganzen Erfahrungspunkte. Bekommt sie. Ja. Ha. Aber weil sie nicht so weit schießt. Ich selbst habe da eine 5 nicht. Dann dieselben. Dasselbe Tünde noch mal gewonnen. Ja. Danke. Danke. damit können wir jetzt nach hause gehen wir sehen das erst mal ja machen wir ach so ja das wollte ich nicht genau solo weiterspielen und ein soloturnier starten ja danke sehr wir haben wir auch mit dem speeden ist ja unnötig ob man die ganze zeit auch nicht das biete ich trotzdem das dauert zu lange einfach der ball wiegt da passiert nicht wirklich was wichtig ist man ja mal spielen jetzt irgendwann stört dann kann ich das auch lassen nur diese ball flug sequenzen kann man ja ruhig ein bisschen skippen vielleicht gar nicht wirklich auf ja ich treffe schön minus 1 komme ich da ja da komme ich hoch von der regen stoppt mich anders her fängt ab nein nein ja ich bleibe im fringe regen habe ich auch noch regen habe mich zu viel abgestoppt hätte nicht gedacht dass er so viel macht naja dann nehme ich halt das paar ist auch egal super backspin okay da war dann doch ein bisschen zu super so so naja keine kann klärt ich kann so Und jetzt noch genau. Ah, muss ich... Ah, 129... Mal sehen, ob der funktioniert. Nicht bei Annähern, so wie ich es gedacht habe. Okay. Der geht jetzt bitte rein. Ich bin ein No-Hand. Ich bin einfach ein No-Hand. Ich bin einfach der größte No-Hand, den es gibt. Wie unnötig war das gerade? Ich putze einfach daneben. Das war gerade der größte Fail, den ich hatte bisher. Ähm... War das jetzt ein bisschen zu viel? Schade. Aber selbst wenn ich den Steil getroffen hätte, wäre er echt zu schnell dran gewesen für den Eagle. Aber immer ein Burley. Burley's brauche ich ja ebenfach. 213, ja. 51. Komme ich so rauf, oder bin ich so zu langsam? Perfekt. Er wird aber perfekt abgestoppt. Das wird easy, ein Burley. Geht ja auch bergab hier. Perfekt. Aber wieder ein Power. 1 Meter Wind hilft jetzt nicht so viel. Aber ich komme gerade noch da hoch. Oh. Der Balken war wieder niedrig. Also war wieder sehr klein. Und ich, äh... Ja, ich kniege mich erstmal mit dem Ruff. Was ich jetzt nicht so toll finde, aber egal. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das Burley sollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Und das tue ich auch nicht. Hängt mir einer an den Fersen. Ah, schade. Ist noch im Ruff geblieben. Nein! Nicht schon wieder. Da kann er mal reinspringen. Ah, er springt vom Pin wieder zurück. Das ist natürlich belastend. Da habe ich auch jetzt die Führung verloren. Also. Die alleinige Führung. Bin jetzt erster mit jemand anderem. Nein. Nein. Nein! Bunker. Ja. Bunker und mir steht ein Baum im Weg. Also eine bessere Combo gibt es ja gar nicht. Gott sei Dank habe ich hinten getroffen. Das hätten mir ja gerade noch gefehlt. Fairway ist möglich zu gucken. Easy. Einfach nur easy. Kein Problem. Kein Problem. Einfach nur easy. Komme ich am Baum vorbei. Ja. Okay. Ich komme immer am Baum vorbei. Gott sei Dank steht er mir nicht im Weg. Ah, ja. Habt mir schon gedacht, dass ich das ein bisschen abtreiben werde. Was? Wieso treibt mich das nach oben? Da habe ich euch vielleicht zu meiner oben korrigiert. Das kann sein. Egal. wir haben hier noch elf das ist eine paar fünf welt ich habe noch ein paar wie ich sehe dem sollte vielleicht ein bisschen spaß am umgehen aber in der paar fünfte brauche ich ein oder verwende ich halt gerne einsam wieso als halt leichter ist sehr schön das wird ein bürger muss ein bürger werden das darf ich ja nicht werden kacken ja habe schon gedacht dass es so stark wird aber ich wollte nicht weniger schießen weil ich ja eben in diesem fringe war also im grün ende dachte das stoppt ein bisschen mehr ab aber ja anscheinend falsch gedacht schade da geht mein letzter power dahin ich rette mich hier gerade noch ins team ja ich habe mich hier noch aufs grün ja kommt sogar sehr gut aufs grün wir haben das kreis ja 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 bis zum french das ist gut korrigieren mal nicht naja hat mir gedacht wenn sie nach links soll wollte es einfach probieren das game hat mich dann doch wieder bestätigt dass ich korrigieren hätte sollen aber ja ein paar fahrt geht halt knapp über 20 minuten sind jetzt gerade 20 minuten angekommen ich bin aufnahme die ganzen heile und alles das intro schneider ist natürlich jetzt ein bisschen länger aber naja das war zu wenig ja zu weit er mhm das war zu wenig aber wenigstens das paar ist safe noch 16 so nice shot wow schade sehr schade weh ich wäre jetzt in diesem baum nicht vorbeigekommen schade aber das paar darf ich mir eigentlich nicht nehmen lassen und das tue ich auch nicht auch 17 bei minus 7 es wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel sein schätze ich mal wieder ne ne das kommt ganz gut da wird sogar knapp zu wenig für das hole in one das aber ja das für die lässt sich glaube ich keine mehr entgehen das nimmt jeder gerne mit man hier noch loch 18 wo ich leider kein paar mehr habe aber egal doch 18 sollte jetzt auch kein problem mehr darstellen ok ein bisschen mehr auf safe spielen nicht unbedingt jetzt noch im wasser landen oder so das wäre das letzte was ich will das wäre das letzte was ich will das wäre das letzte was ich will also jedes zweite loch mit dem birdie abgeschlossen im durchschnitt das müsste doch ein gutes resultat ergeben 185 punkte dann stelle ich persönlich mal bitte bis 7 auf und du stellst dann 4 ich steine vier auf ja der treffende auch mir ich blende mich auf 212 range ja 11 214 ok Congratulations! Ich gewinne den Singercamp. New course unlocked. Palm's turn is now available in story mode. Und besitzen. Feel sure for a championship ain't small potatoes. Palm's turn ain't easy, but you're the marion champs. So you oughta be able to roll John. Ja, das ist sehr gut. Ah, man kann hier rennen, okay. When you're looking at Joe, bla bla bla. Na, ich würde sagen, das war's jetzt mal für diesen Part. Und ja, im nächsten Part werden wir, weiß ich nicht, ich schätze mal, wir werden wieder ein Turnier machen. Einzler Doppel, ich glaube, ich bleib mal beim Einzelletzten, das fühle ich mich sicherer. Ich mach mal Einzel und trainiere, also Level sie ein bisschen hoch, bis ich dann mit ihr im Doppel eine Chance habe. Also bis sie halt im Doppel einiges mehr trifft als jetzt. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Also bis dann und wieder auf Wiedersehen.